Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie läuft's mit dem Auftrag? 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 Ich habe ein paar Kameras am höchsten Punkt deines Sprungs installiert. Du musst dich nur in die Luft katapultieren und irgendwas Motivierendes sagen. Nochmal zum Mitschreiben, sag was Motivierendes. Wie läuft's mit dem Auftrag? 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 Fast. Du musst aber beide Ziele abknallen. Versuchen wir's nochmal. Wie läuft's mit dem Auftrag? 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 Gut, jetzt habe ich ja noch mal gew直. Wie läuft's mit dem Auftrag? Spring in die Luft und krache auf das Druckpad, in dem du dich duckst. Dann sag was Cooles und mach dabei dein bad-assigstes Gesicht. Hm? Hiya! Juhu! Hallo Reisende! Sehr gut, das war cool. Stell jetzt den Drucker an und schau zu wie er unsere Plakate ausspuckt. Juhu! Oh! 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 Ich bin... naja, ziemlich alt. In den Kameras war kein Film. War nur ein Witz. Nicht ausflippen. Der Kerl, den du killen solltest, hat gerade einen Stapel Motivationsposter bestellt. Ich hab halt Motivationsprobleme! Begib dich zu seinem Schiff und häng sie überall auf. Hier, nimm die Poster und den Lieferschein. Klappt das mit dem kleinen Auftrag? Du musst den Lieferschein unterschreiben lassen, bevor du die Poster aufhängst. Begib dich ... 1 ... 8 ... 9 ... 10 ... 10 ... 10 ... Das war's für heute. Amen, Kunde. Kunde, Kunde. Zurück! Kunde, Kunde. Meine Postmörderischen Schuldgefühle würden gelindert, wenn ich wüsste, wozu ich Detlef töten soll. Er ist irgendwie ein Blödmann. Ist das alles? Na ja, er hat auch mal einen Mond-Zumi-Digi-Struck-Schlüssel geklaut, mich hier sitzen lassen und wurde ausfallend, als ich ihm sagte, dass ich nicht auf Typen stehe. Aber hauptsächlich, weil er ein Blödmann ist. Das Blitz habe ich mal was richtig gemacht. Ich bin ein Blödmann. Hier. Das war's für heute. Hier spricht Colonel Sorpedon. Du musst Elpis verlassen. Bald wird hier alles noch schlimmer. Ich will dich nicht töten, wenn es nicht sein muss. Sorry, Madam, aber meine Befehle sind klar. Sie haben Verbrechen gegen Hyperion begangen und müssen büßen. Bitte, ganz wie du willst. Deadlift, hier spricht Colonel Sorpedon. Du musst die Kammerjäger töten, die auf dein Schiff wollen. Verpiss dich, Sarp. Ich lasse mir doch von keiner Tussi was befehlen, die mich eingebuchtet hat. Sie sagten, deine Sprungpads sind dämlich. Ich werde sie vernichten. Dern! Huh? Ah! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. 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 Here? Das war's für heute. 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 Das war's für heute.